Musik Ich habe mir gedacht, Friedberg, die Stadt, veranstalte sehr viele Konzerte und Veranstaltungen für die Bürger. Aber ich wollte diesen umgekehrten Weg gehen, dass die Bürger für Friedberg etwas machen. Und da hatte ich halt die verrückte Idee, ein großes Konzert zu veranstalten und so viele Bürger wie möglich zusammenzukriegen. Bei der Intrada, da lag mir am Herzen, einen Text zu nehmen, der wirklich zu Friedberg gehört. Dieser Text ist ein Minnelied in drei Strophen von dem Konradin, der Friedberg mitbegründet hat. Und so auf die Art und Weise hat der Text und diese mittelalterliche Musik und Tonalität einen ganz direkten Bezug zur Ursprung von Friedberg. Musik Ich bin froh, dass die Chorleiter und die Lehrer so gute Arbeit geleistet haben, dass das hier heute so gut klappen konnte. Musik 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 Musik